Untertitelung des ZDF Ich bin zum Metallcremon digitiert, aber wie? Ich, ich verstehe. Das ist, als mir Karl-Linns Attacke Licht der Digitation gemeint. Dann Kalumon konntest du wieder zum Metallcremon digitieren. Deswegen ist Big Marmon auch wenn es so zu Marmon zurück digitiert. Und wahrscheinlich wolltest du Sky Meramon deswegen Kalumon entführen. Kalumon sind scheinbar unglaubliche Kräfte. Hör zu. Ich werde hierbleiben und mich um Kalumon kümmern. Und solange vernichtest du dieses Digimon. Das musst du mir ganz weiters mal sagen. Ultra Level gegen Ultra Level. Das könnte spannend werden. Zeig mir was du kannst du Rosthaufen. Oh fuck. Ähm. Cool. Was zum... Ähm. Ja. Was der Hölle ist das? Wo ist die Musik hin? Warum stehen wir bei mir als Star? Ich hab hier so einen Bug ausgelöst, hä? Geil. Coole Sache. Ey, Mr. Brems. Schöne Sache, dass das Spiel doch noch Bugs hat. Ah, du fuck. Ach du. Fuck. Großes Menü, da ist das Menü. Ähm. Großes High-Disk. Danke. Alter. Oh ja, voll die Merabibringer. Voll was, wenn das Kackvieh auch noch hier... Aua. Oh, verdammt. Ne, das... Ich weich mal ein bisschen näher aus hier. Oh, ne, so dreier... Ich hasse sowas. Ich hasse sowas wie die Pest. Und ich hab schon wieder bei keine HP mehr. Mist. Nein, oh. Hab ich noch Heil gegenstellen? Warum ist das Menü eigentlich nicht richtig da? Ähm. Ja, ich kaufe mir mal eben was. Ähm. Mit Kaffee-Disk und zwei Digi-Pilze. Und dann heile ich mich mal eben schnell mit den Digi-Pilzen. Ein bisschen mindestens. Und dann wird man mal eben... Oh, was. Also war ich die BK-Disk hatte. Oh man. Oh man. Oh, warum ist die Musik nicht da? Was ist mit der Musik passiert? Warum ist die Musik ausgegangen? Warum ist die Musik ausgegangen? Warum? Jetzt... Och, jetzt stoppt doch endlich. Mein Gott. Und ich treffe mich. Ob ich so tre... Es schießt das Digimon. Ich mein nicht. Mit dem er kämpft. Das ist ja totaler Rotz. Na, endlich. Oh. Oh. Nein. Ich darf mich studieren. Nicht jetzt. Ich bin doch an Ultra Level Digimon. Es kann nicht wahr sein. Ah. Ah. Stirb doch, Kackvie. Stirb einfach nur. Champion, der für die Ultra Level. Ah, schön. 20 bis 1. Ah. Jetzt stirb. Du Kackwilch, sterb endlich! Nein! Ich bin doch gerade erst zu Skaten-Aramon digitiert. Und schon wird es mir wieder genommen. Sag, für wen solltest du Kardamon erfüllen? Oh Mann, Schimmel macht einfach nicht mehr mit hier. Wie hat dich das angestiftet? Wenn ihr Glück habt, werdet ihr schon bald gegenüber treten. Wer ist das? Sag es uns. Ich ist dieser Mensch, der die Welt manipuliert. Oh, ihr habt schon von ihm gehört. Leider kann ich euch nicht mehr verraten. Meine Zeit läuft ab. Zeit zu gehen. Aber ich verspreche euch, wenn ich wiedergeboren werde, dann finde ich euch und mache euch beide alle. Warum auch nicht? Wir werden doch warten, dich ein zweites Mal zu besiegen. Die! Hey, Schlüssel, schön. Höhöh, keine Mann. Geht es dir gut? Es geht wieder. Die Attacke von dem großen Digimon hat mich vorhin voll umgehauen. Aber jetzt bin ich ja in Sicherheit. Danke, ihr beiden. Ach, ist doch nicht der Rede wert. Wir sind doch schließlich Freunde. Freunde? Freunde? Klar, Freunde. Ka, Kulu, Kulu, Kulu. Freunde, ich habe endlich Freunde. Hattest du denn vorher keine? Nein, leider nicht. Mit einer nervigen Art. Das ist schade. Aber jetzt hast du uns. Aber jetzt wollen wir dich schnell nach Hause bringen. Es ist schon fast dunkel. Und du solltest lieber zu Hause sein, bevor es dunkel wird. Deine Großeltern sorgen muss ich schon sicherlich um dich. Hm, ja. Hey. Was ist das da vorne? Das siehst du erst jetzt? Lass uns das mal näher anschauen. Schlüssel. Das ist. Ist das. Da scheint wohl einer von, äh, da scheint wohl einer der Schlüsse zu sein, von denen Genni erzählt hat. Und Genni wird eigentlich mit einem eng geschrieben. Äh, äh, hey, das ist ja Susanne. Unsere Hoffnung geht, äh, geht eben nie verloren. Mondschlüssel erhalten. Und der andere Sonnenschlüssel, hä? Aha, interessant. Ein Mondschlüssel. Wie in der Textbox, die gerade von meinen Augen aufgeploppt ist. Äh, gehen wir weiter, Argument. Wir haben, was wir brauchen. Naja. Wir brauchen mal die Felsers ohne Sachen anpumpen, naja. Also, lass uns da mal weiter. Yay. Aha. Also, gehst du auch noch weiter. Ich habe auch nicht keine Kämpfe mehr, habe nicht keine Kämpfe. Was nimmt ich denn hier? Hm. Wo gehst du denn jetzt lang? Ich kenn das. Was meinst du? Von hier bin ich hergekommen. Das Haus meiner Großeltern ist ganz nah. Bist du jetzt sicher, dass wir hier richtig sind? Ja. Und naheweise komme ich gerne hier ums Baden. Von mir aus könnte ich schnell nach Hause laufen. Sollen wir dich nicht bis nach Hause begleiten? Kulukulu. Nein. Ist schon gut. Und ich weiß, dass ihr noch viel zu tun habt. Es war wirklich ein sehr schönes Abenteuer. Und du bist fast verreckt am Scheiß drauf. Das hätte ich nie vergessen, dass ich fast gestorben bin. Ähm. Danke, Teil und Argument. Es hat uns auch Spaß gemacht. Ich fand es auch sehr spaßig. Und durch dich habe ich jetzt rausgefunden, dass Tais Haare für einen Nutzen haben. Punkt. Dum, dum. Butterfly, die Ahnung. Aber bitte, du uns einen Gefallen. Stöp endlich. Nein, passt gut auf dich auf. Ja, versprich mir das. Ganz fest versprochen. Ja, und in der nächsten Staffel wird es dann wieder von diesen Affen geführt. Ist klar. Hier, Herr Karl, ich habe noch was für dich. Aha. Kulukulu. Was denn? Teil übergibt das Karl-Monstern-Fern-Glas. Aha. Das hat es da auch in... Hat es das in der dritten Staffel benutzt irgendwann mal? Weil dieses nicht... Ach, 3. Das kann ich doch nicht annehmen. Nein. Nimm ruhig. Das würde dich immer an dieses Abenteuer erinnern. Danke. Danke. Vielen Dank. Sei nicht traurig. Will uns sicherlich wiedersehen. Ganz fest versprochen. Wirklich? Bestimmt. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt werde ich erst einmal nach Hause gehen. Tschüss, Tai. Tschüss, Agumon. Mach's gut. Bis bald, hoffe ich. Ach, Mann. Ich werde den Kleinen vermissen. Meist du mich? Wannst du etwa Teil? Ach was. Es ist nur manchmal nicht leicht, sich von Freunden zu verabschieden. Ich wünschte außerdem, Karl-Monstern wäre mitgekommen. Dann könnte ich jetzt halt auch das Ultra oder das Lüge-Megel-Level-Gritierend. Oh, als Eigennutz. Ähm. Aber für den Kleinen wäre diese weitere als die Füße gefährlich. Da hast du recht. Was steht mir hier noch so im Allgemeinen? Wir sind sehr nah an uns und jetzt ein Gegner dran. Matt wartet bestimmt bereits auf uns. Dann lass uns mal in die Festung gehen. Bin mir jetzt halt bereit. Yeah, aber, ähm. Ich mache jetzt mal Schluss. Rechts geht's zum Geekosum. Und links? Hm. Es ist unnäherlich. Unnäherlich. Gut, ähm. Wir reden auch mit ihm hier. Hallo. Ich frage mich gerade, ob ich durch das Magasta-Gebüger gelaufen soll, um ein paar Abenteuer zu erleben. Ich kann nur dringend davon abrannen. Ist die reinste Hölle. Ähm. Na gut, ich hab' gegründet. Egal. Was sind das denn? Ja, schon sieht das Video auf einmal wieder. Ähm. Wasserhell war das den Back. Mohnmaden. Levelausbildung hat Mikrotikum und Typos Attacke-Zeitenplan. Ja. Jetzt funktioniert das Video auf einmal wieder ordentlich. Wasserhell war das? Warum hat das nicht funktioniert? Egal. Egal. Ich brauche jetzt mal wieder Zeugs. Oh. So. Gut. Und jetzt machen wir uns erstmal her Schluss. Eigentlich könnte ich auch eine halbe Stunde aufnehmen, weil ich hab' es mal genug aufgenommen. Wiedersehen uns das nächste Mal bei Let's Play Final Story. Wahrscheinlich die Finale. Auf Wiedersehen Leute. Auf Wiedersehen.